Ausflug mit der Eisenbahn. Puff, puff, Eisenbahn, jetzt fahren wir nach Wiesenplan. Wiesenplan, das ist die Stadt, die den Kohlweißling zum Bürger hat. Der Kohlweißling bewohnt ein Haus, das sieht wie eine Glocke aus, wie eine Glockenblume, blau. Da wohnt der Kohlweißling und seine Frau und weht der Wind, macht die Glocke kling kling und da freuen sich Herr und Frau Schmetterling. Puff, puff, Eisenbahn, jetzt fahren wir wieder aus Wiesenplan hinaus, hinaus, dem Walde zu. Wohin? Wohin? Nach Quellwaldruh. Der Bahnwärter von Quellwaldruh. Das ist ein Frosch und quarkt dazu. Quark, quark, aussteigen, quark. In Quellwaldruh ist heute Ostertag. In Quellwaldruh ist heute Osterfeier. Da versteckt der Osterhaas bunte Eier. Rote und gelbe und allerlei. Und das Suchen steht allen Fahrgästen frei. Quark, quark, quark. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, schönen Dank, Herr Bahnwärter Quark. Und jetzt wollen wir wieder unter den Eichen und Buchen und Tannen und Birken die Ostereier suchen und im Moos und unter den großen Wurzeln darüber die kleinen Kinder purzeln. Nicht wahr? Und haben wir alle gefunden und in unsere Sacktücher eingebunden, dann fahren wir am Abend wieder nach Haus und packen das Wunder vor Großmutter aus. Und das ist ein Frosch.